Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute spielen wir wieder mal Plants vs. Zombies und ich habe mir heute gedacht für diese Folge, wir werden heute zum ersten Mal die Zombies ausprobieren. Wir haben ja in den letzten Folgen nur mit den Pflanzen gespielt. Wenn ihr die Folgen nicht gesehen habt, dürft ihr die gerne nachschauen. Da findet ihr eine Playlist auf meinem Kanal. Schaut einfach vorbei, wenn ihr euch interessiert. So und ja, da ranglisten Spiel werden wir auch noch dazu kommen, aber zuerst spielen wir mit den Zombies. So, Zombie-Visionen, auf geht's. Mit dem Superbrain spielen wir hier. Wir haben ja eh noch kein anderes Deck, also geht's mal los spielen. Bin gespannt, wie sich das Ganze so spielt. So, Brain Battlers grillen um Mitternacht, okay. Ja, die ganzen Comics lese ich jetzt nicht vor. Grüner Schatten vs. Superbrain. Mit grüner Schatten haben wir schon mal gespielt, aber mit Superbrain sind wir nicht, gegen den haben wir nur gespielt. So, Zombie-Karten, mal was komplett anderes. Bin gespannt, wie das so ist. Und hier haben wir auch schon eine Mega-Karte. Sei gegrüßt, Zombies brauchen hier nicht, um Karten zu spielen, weil wir clever sind. Okay, 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 alles klar. So, deswegen, ja, Anti-Held, also der bekommt plus 3, wenn er bei einem Held gegenüber stellt. Der Mini-Ninja hat die Fähigkeit Anti-Held. Er ist viel stärker im leeren Reihen. Ja, genau, das wollte ich sagen. So, die Pflanzen spielen und als Zombie hat man ja noch diesen einen Effekt, oder? Den Zombie-Tricks hier. Bin mal gespannt, wie das so ist. Denn die haben mich immer ziemlich genervt, wenn ich gegen Zombies gespielt habe. Mal schauen, was das so für taktische Vorteile bringt. So, jetzt haben wir hier noch so einen Kamera-Zombie. Keine Sorge, du kannst hier eine Späte im Zug für Tricks ausgeben. Na gut, na gut, na gut, na gut. Bringt plus 1, wenn du einen Trick einspielst. Alles klar. Können wir sonst noch was spielen? Was ist das? Verlege einen Zombie. Er führt einen Bonus-Angriff aus. Okay. Die Pflanzen spielen. Was spielen sie so? Fünfer-Angriff schon in der mittleren Reihe. Oh nein, wieso muss ich genau in der mittleren Reihe das eine Zombie spielen? Der ist natürlich jetzt weg. Das ist deine Chance, den Trick zu spielen. Okay, dann spielen wir. Er nutzt eine Rauchbombe, um aus der Reihe zu entfliehen. Na gut, dann setzen wir eine Rauchbombe ein. Da, in die Mitte. Oh nein, wir haben ja gesagt, in die Mitte nicht. Aber ich hoffe, da setzt er nicht nochmal ein. Jo. So, der Gegner hat natürlich noch mehr 16 Leben. Ich habe jetzt 3. 3 Angriffe auf meiner Seite. Und noch 19 Leben. Der Gegner 1, 1 Angriff. Da, ich Angriff mit den 3 Zweier. Yes. So, da weiter geht's. Wir haben jetzt 3 hier zur Verfügung. Was gibt das Bonusangriff für einen Zombie? Hm, Zombies sind zuerst, dann spielen Pflanzenkarten. Ja, dann sind die Zombie-Tricks. Und dann ist der Kampf. Ja, also, weiter geht's. Das weiß ich ja schon alles. Ihr hoffentlich auch, falls nicht, ja, habt, wisst ihr es. Jetzt spielt ihr das Spiel auch? Schreibt es doch nochmal in den Kommentaren, wie ihr das so findet. So, Bonusangriff für einen Zombie. Brauche ich das wirklich? Nein, zerlege einen Zombie. Er führt einen Bonusangriff aus. Okay, verlege einen. Ja, ich will den wirklich verlegen. Hier. Wow, 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 wow. Und dann setzt er auch gleich noch einen Angriff an. Ui, ui, ui. Das ist ja mal sehr, sehr interessant hier zu spielen. Bonusangriff für einen Zombie. Ja, dann setzen wir gleich hier nochmal einen Bonusangriff auch ein. Der hat jetzt gleich nochmal 4 Schaden. Und jetzt gehen wir in den Kampf. Dann sollte der Gegner auch, er spielt, glaube ich, jetzt die Verteidigung. Jetzt wird sein Schild aktiviert. Habe ich das Gefühl? Jupp, hier wird es aktiviert. Und, ja. Zum Glück nicht zu viel bringen, wenn du einen Trick ausspielst. Okay, deswegen hat er schon 5, 4. Ja, der stinkende Zombie ist tödlich. Er kann selbst die größte Pflanze beswingen. Okay, okay, okay. Zombie spielen. So, 4, 4 setzen wir hier rauf. Das sollte das auch schon gewesen sein mit dem Gegner. Oh, nein, oder auch nicht. Denn, ja, genau. Zuerst spielen ja die Zombies und dann die Pflanzen. Also, er kann immer kontern. Deswegen haben wir ja auch die Tricks. So, jetzt weiß ich auch den kleinen, aber feinen Vorteil, wenn man die Pflanzen spielt. Hm, jetzt bin ich eingefroren. Das war nicht so gewollt. Nein, 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 nein. Aber wenigstens ist diese eine Pflanze hin und ich bin da. Ziehe zwei Karten. Ja, du spielst. Natürlich spielen wir das. Wieso sollte ich die nicht spielen wollen? Ist egal, wann ich die zwei Karten ziehe. Kommt ihr immer aufs selbe. So, jetzt bin ich wieder aufgedaut. Sollte aber reichen, dass ich im nächsten Zug ihn besiegen kann. Ich hoffe es natürlich. So, spielen wir mal da. Habe ich noch eine Nummer 1 hier und geht sich nichts mehr gut aus. Der stört eine Pflanze mit 5 oder mehr. Ja, leider hat der Gegner keine Pflanze mit 5 oder mehr. Hm. So, was gibt es? Verlege einen Zombie, erhält plus 1. Tja, verlegen wir einfach den nochmal irgendwo hin. Aber wir können den Gegner auch immer nicht verzwingen. Denn, ja, wir fügen nur die 4 Schaden zu. Und das war es dann auch schon. Hm, spannend, spannend, spannend. Ich habe natürlich noch 10 Punkte. Aber so, ich sollte das Match auf jeden Fall gewinnen. Wäre auch blöd, wenn nicht. Wir haben jetzt wieder die Verteidigung eingesetzt. Alle Zombies sind tödlich. Okay. Und ziehe hier eine Karte. Na dann setzen wir das natürlich ein. Ich meine... Ist ja nicht schlecht. Und der... Ich buffe das Ding gerade so rauf, Leute. Anti-Held. Hm, nö, da ist nämlich ein Held, das auch noch amphibisch. Und jetzt greifen wir an. Und dann sollte das... Ach ja, die Pflanzen spielen ja noch. Du hältst jeden Zug mehr hin. Ja, das weiß ich. So, du hältst jeden Zug mehr hin. Und du kannst dich zunehmen. Ziehe zwei Karten. Ja, setzen wir es halt ein als Zombie-Trick. Und jetzt auf in den Kampf. Wir zerstören hier alles. Das ist tödlich. Und der ist sowieso schon weg. Und der ist auch weg. Und da ist auch schon der gegnerische Held am Boden zerstört. Wir haben ihn besiegt. Das erste Mal mit dem Zombie ist... Yes! Gewonnen. So ein neuer Zombie-Held. Brauche ich noch etwas. Gewinne in einem Spiel. Gewinne ein Spiel mit einem Zombie-Helden. Okay, haben wir gemacht. Jetzt bekommen wir natürlich wieder Juwelen. Gewinne zwei Spiele als Super Brains. Wieso hat dieses Spiel jetzt nicht gezählt? Das ist aber blöd. So, Auftrag erfüllt. Super Brains. Neuer Auftrag. Spiele zwei Zombies mit der Fähigkeit Anti-Held. Das wird, glaube ich, im nächsten Spiel machbar sein. Das spielen wir jetzt auch gleich. Wir haben ja keine Karten oder so bekommen. So, wir spielen gegen Spudow. Der Spudow sieht ja eigentlich richtig, richtig süß aus. Aber hat's Faust dick hinter den Ohren, der Schlenkel. Ja, so. Hier haben wir den Spudow erneut ziehen. Oder Startkarten behalten. So, da sieht er eigentlich. Ja, den will ich neu ziehen. Okay, haben wir die gleiche Karte bekommen. Was ist das für ein Algorithmus? Ja, los geht's. Wie kosten nur alle ein Gehirn? Was macht das eigentlich genau mit Pflanzen fünf oder mehr? Spudow ist der mächtigste aller Knollen. Aber lass mich etwas weiter ausholen. Er wird sich verteidigen, bis der richtige Moment gekommen ist, zum Angriff überzugehen. Er liebt lange Spiele, also nicht nachlässig werden. Okay, ja, werde ich machen. So, was macht das? Hat das irgendwelche speziellen... Ja, der Anti-Held werden wir natürlich spielen. Der Gegner wird jetzt aber, schätze ich mal, da was wir gegenspielen. Er schafft für einen Hitzekopf mit eins. Wow, okay. Versöhnliche sechs Schatten auf dem Zombie. Na gut, na gut, na gut. Das ist eine Zerstörung. Denn ich kann auch nur einen Trick oder irgendwas spielen. Und... Ah, mein Zombie, jetzt ist es weg. Mein schönes Zombie. So, zwei Hirne haben wir zur Verfügung beim nächsten Spiel. So, wieder die Anti-Helden hier setzen. Irgendeine wird zwar durchgehen. Auch der Gegner kann wieder zwei Sachen setzen. Bei Zerstörung zwei Schaden. Okay, also wird unser nächster Zombie draufgehen. Ja, der Gegner, der Scooter, der kann wirklich gut verteidigen, wie ich sehe. Ich habe den nicht genommen. Ich habe diese Sonnenblume genommen als Pflanzenheld, als neun. Die Zombies spielen schon wieder. Was gibt es hier? Amphibisch? Ja, Amphibisch, wieso nicht? Den können wir ja auch noch spielen. Los geht's. Zombie-Tricks, nein, haben wir nicht zu... Hatte er gar nichts gespielt? Das finde ich ja mal mega komisch. Er hat drei Sonnen und nichts gespielt. Ui, ui, ui. Das sieht ja nicht so toll aus für ihn. Raus mit dir. Und wir können zerstören eine Pflanze mit fünf oder mehr. So, die Pflanze spielen. Jetzt muss er was verspielen. Alle Pflanzen erhalten bloß zwei, okay. Ui. Was geht denn hier ab? Na gut, aber trotzdem. Er verteidigt jetzt einmal. Ja, das war jetzt. Und irgendwie... Verlege eine Pflanze. Bitte ganz links rüber. Oh nein. Jetzt geht es sich jetzt nicht mehr aus um einen Punkt, dass wir den Zombie zerstören. Schade, 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 schade. So. Fünf-Vierne haben wir. Das gibt natürlich viel jetzt her. Und der Gegner hat noch mehr eines. Ich meine, das werden wir jetzt bald über die Runden bringen. Hoffe ich mal. So, Zombie-Tricks. Nein, kämpfen wir. Und da haben wir es auch schon. Boom. Wir haben den Super-Bau. Oder wie er heißt. Zerstört. Sieg für die Zombies. Yeah, Leute. Und wir bekommen natürlich wieder eine Belohnung. Spiele, Spiele, Spiele. Um einen neuen Start. Zombie-frei, Helden-frei. Gewinne zwei Spiele als Super-Brains. Eins noch. So, schade den Zombie-Helden. Versuche ich 30 Schaden an Zombie-Helden. Okay. Alles klar. So, Aufdruck wurde natürlich jetzt erfüllt. Und wir werden gleich noch ein Spiel starten, Leute. Wir sind jetzt in Fahrt. Im Rauchgefangenen. Spiele eine Rauchbombe gegen einen Zombie mit der Fähigkeit Anti-Held. Okay. Gegen einen Zombie? Hä? Egal, egal, egal. Wir spielen einfach weiter. Ah, nein, nein, nein. Weiter geht's. Wir spielen gegen grüner Schatten schon wieder. Da müssen wir wieder aufpassen, dass wir nicht in die Mitte rein packen. Ich hoffe, der hat das nicht für alle rein. So, da. Was hauen wir weg? Was behalten wir? Das brauchen wir nicht. Schon wieder das Gleiche? Für was gibt es diese Startkarten-Dingens, wenn man wieder das Gleiche bekommt? Und so, wenn du einen Trick spielst. Ah, nicht Mittelreihe, haben wir gesagt. Und hier können wir auch schon bald einen Trick spielen. Tja. Okay, dann greift er natürlich den Helden an. Das war jetzt nicht so toll. Zombie-Trick. Kann ich nicht spielen? Ich habe keine hier nicht mehr. Ich würde gerne das spielen. Verlege einen Zombie. Und der bekommt dann auch noch plus eins. Und wenn man einen Trick spielt. Zombie-Spielen. Yo, yo. Ziehe zwei Karten. Okay, das sind alles Trickkarten, was ich habe. Nein, nicht einfrieren. Deswegen verlegen wir jetzt diesen Zombie. Und jetzt haben wir plus drei. Ja, ja. Richtig gehört, Leute. Wir haben plus drei bekommen. Also plus zwei. Also wir hatten drei, meine ich damit. Weiter geht's. Ich bin gespannt, was der Gegner so hat. So. Ui, ui, ui. Jetzt sind wir natürlich etwas hinten. Aber wir haben jetzt das amphibisches Grabstein und tödlich. Wir setzen auf Schaden und verteidigen nicht diese Lane. Wir können jetzt auch noch einen Trick spielen und zwei Karten ziehen. Macht ich natürlich. Ja, ziehe zwei Karten. Hm. Kann ich nicht spielen mehr. Das geht jetzt in den Kampf weiter. Boom. Er bekommt natürlich wieder plus eins, plus eins, weil ich ja einen Dings gespielt habe. Einen Trick. So, wir haben noch elf. Also wir müssen nicht unbedingt verteidigen hier. Ah, plus plus. So, wenn ein Zombie eingefroren ist, meinst kein Zombie für mich ist eingefroren. Und auch dieser Fotografie-Zombie wird doch nicht jetzt drauf gehen. Ha. Alle Zombies sind tödlich. Wow. Machen wir natürlich. Haben wir auch drei Zombies am Feld. Also ist das schon sehr nützlich dann. Ui, ui, ui. Und er bekommt schon wieder was. Dieser Zombie, dieser Kamera-Zombie, den kann man ordentlichst raufhauen, wenn man ihn etwas verteidigt. Eine Pflanze hält plus zwei, plus zwei. Weil ich glaube, ich sollte fast diese Lane schon jetzt verteidigen. Denn sonst sieht es schlimm für mich aus, wenn der mir hier konstant Schaden macht. Setzen wir gleich das hier her. Und dann noch hier den Anti-Helden. Und los geht's. Wir haben jetzt noch einen Hirn. Wir können hier verlegen. Ein Zombie erhält plus eins. Aber wir können den nicht verlegen. Außer dieser eine stirbt jetzt. Nein, wir können nichts machen. Denn, ja. Wir können nicht verlegen. Deswegen ist auch die Karte nicht freigegeben. So, das sollte es jetzt auch gewesen sein für den Gegner. Noch eins. Und da ist er auch. Baum, gegnerischer Held. Wir haben die Pflanzen besiegt. Die Zombies sind wirklich interessant zu spielen. Muss ich schon sagen. Und schon wieder haben die Zombies gewonnen. Ist eine andere Spielweise als bei den Pflanzen. Und ich finde das bei den Entwicklern wirklich cool, wenn sie es schaffen, die Balance zwischen Pflanzen und Zombies gut zu halten. Gewinne zwei Spiele als Super Brains. Alles klar. Haben wir abgeschlossen. So, gewinne zwei Spiele als Zombie-Helder. Wir haben wieder 50. Ui, ui, ui. Für Ursache 30 Schaden an Zombie-Helden. Und die können wir natürlich jetzt nicht machen. So, Leute. Und damit lasse ich auch dieses Let's Play jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr auch gebt, dann auch einen Daumen hoch. Und falls du hier neu bist, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.